Mäller, weg mit dem Dino, wir müssen los. Mäller, lass den Scheiß. Die Anvil 6-6, Startmission für Einsatzziel unter. Vorrücken und berichten, over. Verstanden Führung Anvil, rücken vor zur Demokationslinie und berichten, out. Verstanden Führung Anvil. Mäller, bleiben in der Gang vor. Nein, Scheiße, was war das denn? Sieht nach sowjetischen Wiener 21ern aus. Alte Arketentechnik, nicht sehr präzise, aber mit dem Baskel können Sie dir den Tag versauen. Alle Kennungen, hier ist Führung Ende. Kundschaft aber richten Papier und Abkanzler voraus. Deshalb sind wir hier. Mäller, hörst du mich? Auf Station. Verstanden. Fahrer, mit Vollgas ausdrücken. Ich kann losgehen, mein Ziel ist schon total beruflich. Okay, Hafenbereitschaftsgrad 1. MH3 1 und 3 3, irgendwelche nicht kontaktieren, bitte melden aus. Negativ, noch fliegt. Okay, alle zuhören. Wir sehen vor und weiter. gut. Alter... Schnell her, Feuer! Schau den Spiegel abfeuern! Unter Weg! Sie sind fertig, Miller! Gut geschossen! Zeig sie ihn weiter! Spiel! Identifiziere letzten Panzer! Feuer! Gut geschossen! Zeig sie ihn weiter! Alle Endlöpfstationen, feinliche Panzer im Sankt wird zerstört. Und ... ... und ... ... identifiziere Panzer füllen, angreifen und zerstören! Angreifen und zerstören! Steuern! Endlöpf 3-1, wir sehen über 4-3-3-3 geschossen! Arme, du bist erwähnungsfähig! Keine Ahnung! Miller, Weckte zu Kermatik! Nach links! Sie ist zerstört! 2 T-72er angegriffen und zerstören! Gut gemacht, da ist hier! Endlöpf 6-6 hier, Endlöpf 3-1! Alle feinlichen Panzer zerstören! Setzen Mission fort! Arme Verstand 3-1! Weiter zum nächsten Kontrollpunkt! Meldet euch dann aus! Rufen auf den Tabeln! Endlöpf 3-3! Rufen! Aufpassen! Wir haben uns am Arsch! Feindliches Feuer! Alle Endlöpf-Stationen! Halt! 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 Linienformation! Ich wieder runter! Linienformation! Wartet auf weiteren Regeln! Alle Endlöpf-Einheiten! Hier ist Super 1-1! Kreisen jetzt über euch und stellen drohen Übertragung durch! Geh auf Murph-Übertragung! Murph ist mobil! Anvil 3-1! Die Raketenbatterie ist euer Primärziel! Luftnah-Unterstützung auf Station! Verstanden, Führung, Anvil! Halten uns bereit für Pompatierung! Was für ein beschissener Bienenstock! Okay, Miller! Markier das Ziel! Anvil 3-1! Wir markieren eure Stelle! Luftnah-Unterstützung ist in 5 Sekunden da! Achtung! Los geht's! Super 1-1! Ultra 3-3! Einsatz abgeschlossen! Minimale Schäden an feindlicher Position! Wir ziehen jetzt ab! Over! Verstanden, 3-1! Werde Ultra 3-4 unterrichten und sofortigen Neuangriff vorschlagen! Führung Anvil muss sich eventuell darum kümmern! Und die BDM-Stellung angreifen! Out! Lager geht! Alle Inselfahrzeuge setzen den Angriff auf! 3-2-1! Los! Fahrer! Mit Vollgas aufrücken! 4-2-1! BDM-Stellung! WR-1! 2-1! 2-1! 2-1! 2-1! 2-1! 3-2! 3-2! Die Schiffers, identifiziere Einheiten. Wir sind hier auf die Verdammten-Ausse. Einer Mäler, nicht in den Seiben. Jungs Enkel, wir lernen zum Erdwahl. Verstanden, alle Kälte und sieben Einfluss auf der Flage vor. Ja, Auszeichen, vorwärts. Truppen, Turm-MG, 75. Die Schiffers, die Schiffers, erfolgen feindliche Läufer. Streitschuss, Streitschuss! Und hier sieht alles um die Hälfte. Die Hälfte am Arsch! Okay, meine Laki, die Batterie in den Vorauss. Schalt die Batterie aus. Die ist verstört! Sekundär dran! Oh, was das ist für Scheiße! Ample 66, hier Ample 34, haben feuchliches Lager angegriffen und zerstört. Setzen Mission Faust, over. Verstanden, gehen zur Schnellstraße und setz die Mission Faust, over. Roger. Remus ausbilden. Offen das Feld vor Ort, nach Wiemann 3 spiegelt. Direkt vor uns, deine Stahlfolge. Verstanden, ich sehe sie. Wechsel von rechts nach links. Wir identifizieren Hunter. K-72, treiben an. Identifizieren beiden Hunter. Sie laufen, verfolgen sie. Recht her, schau zu bewältigen Marines. Ich sehe ihn. Keine Grüppchen bilden. Passt auf Abdenker auf. Inhalt. Ketimizieren. Ketimizieren Fahrzeuge direkt voraus. Schießen, reiß spiegeln. Arm und am Arsch. Ketimizieren. Identifizieren. Hunter. Kamm, Linie links. Was? Gut geschaffen. Weiter. Der Feind fällt zurück. 3-3. Pass auf. Die Europolik Katansky. Heinescheiße. Schließen. Tras spiegeln. Passt auf die Kleine auf. Das ist ihre Wartorte, direkt voraus! Ziel zerstört! Fahrer, bring uns hier raus! Los! Ja, erledige die Banzade! Zeig sie ihm! Scheiße! Feindige Panzer, linker Weckdorf! Erzähl, die Panzer an! Kanzleriniger, die Panzer! 3-3-Hins, getrunken! Arme noch funktionsfähig! Weckdorf zu Töne, KTG-Patriere! Feuer und Frau Schwestern! Zeig uns die Bewegung! Feuer einstellen! Feuer einstellen! 3-3-Verstanden! KTG-Patriere! Fahrt und die E-Racken, die Sorte der Börse aufbauen. Hörst nach, schweckt nach Westen und nach Schnellstraße. Geht mehr, doch wenn ihr die Kontrollpunkt erreicht habt. Außen. Bleib Wasser! Heffelige Scheiße! Heftige Rechnung, die die B-Ref-Tour stellt. Die armen Bastarde hat keine Chance. Jetzt hat sie ein Lichtmann. Enkel 66, 3-4, ist gestern Kontrollpunkt rollbar. Verstanden, das Mission vor und ab. Okay. Konzentriert bleiben. Sieht das nicht gescheitert. So, können wir nicht durch die Lichter, das ist doch dämlich. Weil mir jetzt nicht laut. Enkel 66, 3-3, ein, wir sind bei Kontrollpunkt hier oben. Verstanden, 3-3, ich habe Freigabe für Orte und berichtet für die Bereitzeit raus. Na, Vorsicht, Pass. Und was? Ich brauche Lichtkontaktbilder. Gehe ich hin und ziehe sie an. Was zum Tor beruf der Kerl ja. Sieht aus, dass wir an die Schöterfilme entspannen. Sieht das Porder? Sehr recht, viel Diesel. Könnte jemand dem Kerl sagen, dass wir Krieg haben? 3-1, hier. 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 4-1, hier. Ich bin das ganz bestimmt nicht. 3-1. Schön, beim Schöter! 3-0. Wir geben Verbömen 35 gerekiyor. 4-1, hier sind Aufenthalt. Ja, 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 ja! Ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja! Ja, ja, ja! 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 Ja, ja!